Hallo, Mario Schmidt-Wendling, Sisu-Training.de, 62 von 365 heute mit dem Thema Schwimmbrille auflassen. Klingt banal, ist es letztendlich auch, aber viele machen es dennoch falsch. Wenn man einmal die Brille aufsetzt zu Beginn des Trainings und erst zum Ende des Trainings absetzt, hat man A kein Problem, dass die Brille beschlägt, was viele immer wieder monieren. Und letztendlich, wenn ihr einen Ironman macht, müsst ihr auch um die Stunde, plus minus 15 bis 20 Minuten oder wie lange auch immer, die Brille aufhaben. Also lernt es euch dran zu gewöhnen. Im Schwimmtraining wird die Brille nicht abgesetzt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn beispielsweise bei einem Set von 30 mal 50, jedes Mal nach 50 Meter die Brille abgesetzt wird und dann verpasst man die Abgangszeit, weil man auch an der Brille rumfummelt, dann beschlägt sie. Das hat eigentlich eine Schwimmtraining-Saison. Brille aufsetzen, einmal und am Ende der Session absetzen und dann läuft es auch besser. Ciao.